Und da geht's los. Auf los geht's los. Los. Ich bin hier. Jim, hier. Erzumachen. Und da beziehe ich euch halt nach sehr. Natürlich. Naja, natürlich. Was war das denn jetzt für ein Satz? Die Sophia möchte, dass ich ihren Paddock mitmache. Mach nochmal. Leider nein. Leider nein. Da, nein. Direkt auf die Stande. Die zweite Licht. Wie ist der erste Eindruck? Riesig. Ich bin so gespannt, ob überhaupt jemand kommt. Komm dich so narsch jetzt. Das ist eine Weitwinkelkamera. Ja, aber das ist so. So, die Lise Nadine und ich sind jetzt. Man sieht deine Finger. Hallo. 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 Hallo, ihr Lieben. Rate ich mal ruhig auf. Rotzt ihr noch ihr Kaugummi weg. Haltes. Haltes. Das ist mein Wieler. Oh, hab ich schon lange gespuckt. Entschuldigung. Live. Yay. Live. Was bleibt bei uns? Hallo. 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 Ist da jemand? Ist da jemand? Nervi hier, Baby. Wie geht das Lise? Ich hab keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Oh nein. Wir sind jetzt gerade wieder beim Gym im Knopf. Im Knopf. Wir sind jetzt gerade wieder beim Gym im Knopf. Also übrigens Leute, der Gym ist im Knopf. Ich komme so ein bisschen vor wie so ein Lehrer an der Schule, der am Kult sitzt. Die haben alle die Hausaufgaben gemacht. Berlin macht jetzt noch schnell ihren Führerschein hier. Und dann geht's los. Lockert es los. Nicht nur nach Hause. Ob ich jetzt mein kleines Maat fahre oder das Riesending. Ist egal. Aber wir laden jetzt hinten einfach irgendwelche Pferde rein, die gut aussehen. Und dann geht's los. Dann haben wir mal schnell einen Millionenschaden. Weil so ein Pferd 200.000. Das Ding eine halbe Million. Oh Gott. Obwohl es fast ein Drei rein, also über eine halbe Million. Kann man eins verkaufen? Machen wir wieder fast ein Grund. Und nur Plus. Wie? Oh, okay. Frauenpower. Pass auf die Pläne. Nichts drüber. Passt. 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 Wackelt in der Luft. Yes. Da wir am letzten Auto mit dem Mercedes gefahren sind, weil wir schon so lange unterwegs sind, wir sind angekommen. Nadine hat uns sicher nach Hause gefunden. Ich hab's nicht geschafft. Bitte nochmal. Wir wohnen in einem Blödsau. Nicht sicher nach Hause gebracht. Zum Shopping gebracht. Gehen wir nochmal vor eines Backlaves. Wir waren jetzt gerade nochmal was essen. Und haben was noch gemacht? Du guckst mich gerade so an. Ja. Okay, nochmal von vorne. Das ist jetzt Tag Nummer 3. Ach nee, das Time Out. Mal so. Klappe die. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Egal. Wir beginnen jetzt mit unserem Abschluss. Drei. Zwei. Eins. Und. Wir haben eine Nudelfahne. Vegetarisch gegessen, weil mir kurz auf Milchallergie. Das geht sonst nicht. Vegetarisch, weil mir kurz auf Milchallergie. Drei. Weil weiter. Schau so wie mit 37.000 K. Okay. Okay. Also Klappe die. Also ihr Lieben. Wir waren gerade. What? Oh, er verstört hier gerade im Dreh. Hallo. Also Klappe die. Hallo Frau Müller. Ja, ich bin die Wiese.